Ich kann mich da drauf ein! Mensch, das ist aber ne große Sauna! Basso, Basso, guck mal hier! Basso, hier hier hier! Hier hier hier! Spring, spring! Das ist aber ne große Sauna ist das! Jetzt war doch noch einer, oder? Linksflüsschen? Also eine Rampe! Außen. Letzte war Rampe. AAAAAAAAHHHHH! Ok! Oh nee, man, Chantau hat uns irgendwie gecursed oder so. Oh no, was mach ich jetzt? Ey, ich hab ne Frage. Kann der Warlock sich selber töten? Doch, kann er, kann er. Okay, pass auf, es ist, glaube ich, das Epischste der ganzen Welt passiert. Chantau war Warlock, weil ich war gerade eine Wiretask. Und Chantau kam so nach oben gedippt und hat mich einmal kurz so getatscht und ist dann wieder nach unten gegangen. Er war gerade mit Tim Horus am Baum. Ich bin Engineer und bin nach unten gewendet. Und ich glaube, Chantau hat sich selber umgebracht an mir. Für die Reaktion habe ich Tim Horus gewotet. Oh mein Gott. Und für die Reaktion wot ich dir Tim Horus, damit es ein kurzes Leben ist. Ich geh auch, alles vorbei. Worst fucking Imposter. Schnellste Runde ever. Let's go. Oh fuck, boy. Was? Oh mein Gott, Chantau. Das war ja so unlucky. Ist das richtig? Wie zum Teufel. Ich hab gar nicht. Let's go. Kannst du mich nur bei mir, Chantau? Jo. Was war das denn? Der oben. Fuck. Mein Schuh ist kaputt. Ich werd mir jetzt aber kurz was zu essen holen. Ich sterbe nämlich vorher. Und dann gucken wir gleich kurz das Video. Und dann spielen wir Reaktion. Oh mein Gott, was zum Fick. Was zum Fick. Ich wollte euch gerade fragen, ob ich euch was mitbringen soll. Ich hab heute Geschirr gespielt von vor drei Wochen. Das hat gut gerochen. Alter, das gibt's doch nicht. Was denn? Einfach weiter. Oh, Linda, oh mein Gott, lauf, lauf, lauf. Ach du scheiße, ach du scheiße, renn, renn. Ja, das war ne Valuna. Ja, das war ne richtige Valuna-Aktion. Ja, schön. Okay, Nexus. Du musst wieder vorlesen. Du bist die Fee. Würdest du eher selbst das Weltall erforschen... Das ist deine Fehstimme. Würdest du eher... Okay, okay, dann ist... Wenn das deine Fehstimme ist, wenn du damit gehst... Würdest du eher das Weltall erforschen... Oder selbst den Ozean erforschen? Das klang ja todessweet. Oh, das ist echt. Ich kann das nicht mehr machen. Würdest du eher nie wieder... Würdest... Aber wie kannst du diese Stimme so raushauen? Woher kommt die denn? Das klingt so anders. Das klingt so wie so ne Synchronstimme für irgendwas. Also, ich hab ein paar Referenzen. Ein paar japanische Referenzen. Nämlich? Das ist schon ein... So ein sehr spezifisches japanisches Genre. Da sprechen viele so. Sagt dir das was? Wahrscheinlich nicht. Hä, du hast dir nichts gesagt. Du hast doch nur gesagt, ein spezifisches japanisches Genre. Da sprechen viele so. Würdest du eher nie wieder lügen können? Oder alles glauben, was man dir sagt? Und Nietzsche. Okay, jetzt, ab jetzt bitte ich dich darum nicht mehr in dieser Stimme zu reden. Warum? Die Kamera hängt halt echt auf 1,20m Höhe, hat das mit Teo gefilmt oder was? Oh, ein Raid von Bonschwa, ja vielen Dank für den Raid. Da mach ich hinter den... Da mach ich... Ich kann's nicht nachmachen, Digga. Boah, noch mal gegen Bismarck. Wir werden da nicht durch genug die Gif-Wand. Nicht in der Piste-Around. Macht allerdings immer 30 Schaden. B-Link, B-Link, Viper. Ja. Jo, danke. Und noch einer, noch einer, noch einer. Steht auch noch da. Jo. Schön, einer hier Ketzer. B-Link in Mitte. Kommen wir da. Kommen wir da. Kommen wir da. Schön, Mann. Komm, mach jetzt, ey. Jetzt... Kommen wir vorbei. Hinterher 128 Wander, roll in wir. Denkst du an der Körpernil Oberern? Nein!! Das haben wir schon mal gesehen! Das ist doch ekelhaft! Frauen im Bikini! Warum ist denn ein Fuchs? Oh mein Gott! Warum bin ich denn da runtergefallen? Doch, sag es heiß! Ähm... Junge, wer würde dann in Lava fallen? Maurice ist ja so ein Kack-Nub! Der ist hier drunter! Genau hier! Genau hier! Ich hatte kein Messer! Ich hab den linken Maus ausgedrückt! Warum ist er gerade geflogen? Ich bin rein, raus, rein, raus und irgendwann ist zu mitgekommen! Genau, fahr vor das Richtige! Okay, what the fuck! Deja vu, I've been in this place before! Hi, I'm on the street and I know it's my time to go! Calling you! Every time it's a mystery! Stay on my feet and I know it's time to be me! New Emote? Alright, chat! Wir gucken, ob es noch einen besseren Zeitpunkt gibt! Der ist es! Der ist es! Der wird gespeichert! Okay, hochladen! PogChamp! We did it! Dürft ihr innerhalb der nächsten paar Minuten freigeschaltet werden? Viel Spaß beim benutzen des Emotes! Ihr müsst es last zeigen, sobald ihr das nächste Mal online geht! Er wird viel Spaß haben an dem Emote! Äh, ja! Hallo! Grüß euch! Was zum? Was zum? Hä? Caruso? Caruso! Okay, ich... Wollt eigentlich Valu spielen? Okay, ich... Wollt eigentlich Valu spielen? Stattdessen werde ich mich jetzt kurz mit meinem Twitch-Partner-Manager in Kontakt setzen. Es gibt doch nämlich was zu klären. Okay? Fucking hide everything, chat! Hide everything, chat! Okay, hide everything! Don't pose it anymore! Chat, stop! Chat, hör bitte auf sofort zu posten! Bitte hör auf das Emote! Scheiß, chat zu posten! Bitte hide everything! Fuck, chat, 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 chat! Hide it! Hide it! vegans?! Opa! Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na. Na, na. Na, na. Na, 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 na. Na, na.